Und steh. Und drehen. Hopp. Und zurück. Und hopp. Schritt, Schritt. Und zurück. Steh. Und weiter. Zack. Schritt, Schritt. Langer Arm. Hopp, hopp. Und zack. Und hopp. Nicht zu schnell, Jonathan. Raus. Gib den anderen eine Chance mitzugehen. Und Schritt vor. Zack. Langer. Drehen. Stopp. Was macht ihr gerade im Tanz? Wir machen... Tanzen. Tanzen? Wir strecken uns. Wir machen Übungen. Wir tanzen zur Musik. Wir machen manchmal ein paar Aufbärmübungen. Und manchmal üben wir auch für Auftritte. Stimmt das? Modan Dance. Modan Dance. Modan Dance. Modan Dance. Und hier ist es. Ähm. Wie findet ihr das schwer? Nein. Also ich finde es nicht schwer. Aber es gibt ein paar schwierige Übungen. Nein. Es geht eigentlich. Manche sind schwer. Wenn die Dinger vor dem Bad sind. Und die anderen sind das gleiche. Macht euch der Tanzunterricht Spaß? Ja. 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 Ja Applaus